Jo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf Roblox. Heute gibt's die ersten, ja, Spiele der neuen Saison. Ja, das wurde jetzt ausgelost und es sind einige geisteskranke Partien dabei. Heute stelle ich euch den ersten Spieltag vor. Und ja, das ist ein Längel und Abra. Ich weiß, die gibt's jetzt schon seit dem Tag, aber ich wollte jetzt mal abwarten. Weil jetzt sind sie wirklich offiziell und wir starten rein. Die erste Partie ist am Freitagabend, 20.30 Uhr, Gladbach, der 3. August. Ja, Frankfurt, Bayern. Keine Ahnung, warum das jetzt in Frankfurt stattfindet. Kein letztes Jahr fand das Eröffnungsspiel schon in Gladbach statt. Keine Ahnung, warum es nicht mehr nützlich ist, aber ist egal. Hauptsache das erste Spiel spielt der FC Bayern. Ja, eine sehr spannende Partie. Die zweite Partie ist Gladbach gegen Hoffenheim. Auch eine spannende Partie. Schalke darf zu seiner Rückkehr in das Bundesjahr gegen das Köln heran, gegen den letzten FC Köln heran, der letztes Jahr bockstark war. Also, ich hoffe, Köln, ja, stürzt es sich ab wie Stuttgart letztes Jahr, aber dazu kommen wir später. Augsburg darf, äh, ja, zu Hause gegen Freiburg an. Freiburg war ja dieses Jahr, äh, letztes Jahr, extrem, 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 extrem gut. Augsburg, ja, gerettet. Dann haben wir Dortmund gegen Leverkusen. Bei der Räde die nächsten Tage kommt ein Video, ähm, wo ich die Absteiger, ja, die möglichen Absteiger zeige. Das kommt die Tage und dann zeigt das auch auf jeden Fall. Ja, dann spielt Dortmund gegen Bayer Leverkusen, der nächste Krawler. Und jetzt, Leute, das Stadtteubi am ersten Spiel der Union gegen Hertha. Auch eine geisteskranke Partie, wirklich. Dann haben wir noch Bochum-Mainz, Stuttgart, Leipzig und Wolfsburg. Bremen, was ist deine, ja, Favorite-Partie? Meine ist eigentlich Frank von Bayern und Dortmund-Leverkusen. Ja, jetzt Bayern-Dortmund, das sind halt immer die interessantesten. Schalke hat sich leicht, Bremen, mh, Wolfsburg, ja. Stuttgart hat sich leicht, Geert hat es eh nicht leicht. Die sind sicher eh schwer. Jetzt nur Freund, aber die Union wird gewinnen, ja, von so, ja. Ja, die Restlichen, Martin, Augsburg, Freiburg, ja, Glaubbach-Hoffenheim sind jetzt nicht so interessant. Wochum-Mainz, ja, also, die das einesten sind Bayern-Dort, äh, Frankfurt-Bayern und Dortmund-Leverkusen. Deine Tipps in die Kommentare. Ich bin aus, hat rein und ciao.